hey leute und willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft take off heute meine leute bauen wir endlich das haus ich hatte eigentlich vor der letzte folge also der letzten folge das haus zu bauen also anfangen zu bauen aber heute ist es endlich soweit das lange erwartete haus genau und ich habe hier schon ein bisschen ein grundreis gemacht und eingebrochen hier ist noch das bett und so es wird alles verlegt ich glaube ich muss die pro dann kurz um transportieren weil das ist wirklich hier ein bisschen im weg ihr seht schon der posten ist hier und das bett können wir gleich verlegen hier irgendwo hier nicht dass wir wenn wir aufstehen gleich runter von einer ist nicht so ein problem sein ja hier ist sonst dieses zeug noch ja ich mache es kurz so leute ich bin fertig Prozent ich habe da kurz die Kisten verlegt hier darüber und ich hoffe es stört dort nicht Prozent wenn ich brauche Prozent wie gesagt ich mache ein Zeitraffer also das heißt das Video wird dann zweimal schneller oder ich muss Prozent noch schauen wenn ich das Video schneide und so sind sehen wir uns gleich beim hausbau ist ein ein und und Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018